Berthold Brecht Epistel über den Selbstmord Sich selbst zu mohren ist eine seichte Sache. Man kann darüber mit seiner Putzfrau plaudern, mit einem Freund, das Für und Wider erörtern. Ein gewisses Pathos, das lockt, sollte man jedoch vermeiden. Doch gleich, dass durchaus kein Dogma zu sein braucht, aber besser scheint mir doch ein kleiner Schwingel wie gewöhnlich. Man habe es satt, die Wäsche zu wechseln. Besser noch, die Frau sei einem untreu gewesen. Das zieht bei denen, die von derlei in Erstaunen gesetzt werden, und ist nichts zu großartig. Jedenfalls sollte es nicht so scheinen, als hätte man zu viel von sich gehalten. Vielen Dank. That's swell! ning Vielen Dank.